Was für ein Tag. Das erinnert mich alles an damals. Die Trümmer sind uns um die Ölchen geflogen. Um unser Leben haben wir gebangt. Mein Gott, was ich hier schon alles erlebt habe in all den Jahren. Naja, so langsam könnte ich meine eigene Chronik schreiben. Hannos Abenteuer am Fürstenhof. Ja, und damit fange ich jetzt mal an.